Es macht einfach Spaß generell in Chören. Ich glaube, die Leute sind insgesamt offener. Also die Gemeinschaft ist stärker, wenn man sich einander interessiert. Ja, singen macht glücklich. Und mir gefällt, wie gesagt, die Musikrichtung. Und die Leute sind super nett. Und auch, dass so viele verschiedene Studiengänge beteiligt sind. Das ist super interessant für mich, dass man mit so vielen Leuten in Kontakt kommt. Jeder kann gut machen. Das finde ich total toll, dass ich dann mal nette Leute kenne. Mir hat damals auch bei der Beschreibung gut gefallen, als es darum ging, wer da mitsingen kann, dass auch Badewandelisten erwünscht sind. Und da habe ich mich doch direkt angesprochen gefühlt. Es kommt so viel gute Stimmung zusammen, dass es einfach glücklich macht.